Hallihallo, hier ist euer Lifehacks. Ein kurzes Info-Video, wie sich die Steam Nutzer unter euch drei Tage Premium und eine Flagge kostenlos sichern können. Ihr geht in den Steam Shop, ganz normal, sucht hier oben nach Kongaros Blade. Das kommt dann hier relativ schnell. Scrollt hier nach unten auf Inhalte für dieses Spiel, alle Anzeigen, kommt ihr auf das Paket im Kampf geboren, das könnt ihr theoretisch auch direkt suchen, also Kongaros Blade Paket im Kampf geboren. Dann klickt ihr drauf, dann klickt ihr hier auf herunterladen. Anschließend steht da Ticket, wird aktualisiert. Und was heißt das für euch? Genau, ihr geht dann hier in euren Launcher rein, klickt auf die Aufbewahrung. Das habe ich natürlich schon gemacht. Gelangt dann zur Aufbewahrung und könnt euch hier drei Tage Premium und ein Banner holen. Und ja, übrigens das Banner hier, das ist nicht dabei. Das ist quasi von einem anderen Event hier nicht irritieren lassen. Und dann transferiert das auf euren Charakter, auf euren Server. Ja, ja. Und dann gehe ich zurück ins Spiel. Und jetzt seht ihr schon, hier oben in meinem Briefkasten habe ich die drei Tage Premium erhalten. Also viel Spaß damit, mit kostenlosen drei Tage Premium. Euer Lifehacks. Macht's gut.